Corona in der Birne. Wie sollen wir uns sortieren? Davon handelte gestern unser Real Talk. Wir hatten Dirk Riecher zu Gast und haben versucht, mal ein wenig über das Thema zu reden und vielleicht das Thema ein wenig zu sortieren. Das war ganz schön schwer und ist uns, glaube ich, auch nicht gelungen. Aber es gab viel Input und diesen möchte ich euch zusammenfassen. Wichtig ist, wir haben kein Rezept für euch. Es ist ein Angebot. Ein Angebot für Lösungsansätze. Jeder steckt in einer anderen Situation. Jeder fühlt sich anders und deswegen pickt euch das raus, was euch irgendwie weiterhilft oder was für euch ein Lösungsansatz bedeuten könnte. Ja, Corona kann keiner. Das hat Dirk Riecher gestern auch gesagt und genau deswegen entstehen so viele Unsicherheiten. Es gibt ein Wirrwarr aus Meinungen und Entscheidungen. Da durchzublicken und klarzukommen ist ziemlich schwierig, für mich auch. Es gibt verschiedene Ansätze, verschiedene Tipps und Tricks gegen verschiedene Situationen und die versuche ich jetzt einfach mal zu ordnen. Erstens, die negativen Gefühle akzeptieren. Wenn es euch nicht so geht, umso besser. Aber für alle die, verwendet nicht Kraft dafür, euch darüber dann auch noch zu ärgern, dass man vielleicht down ist, dass man Angst hat, dass man unsicher ist oder ähnliches. Das bringt vielleicht ein wenig Entlastung. Zweitens, eure Gedanken und Gefühle ordnen. Ja, und wenn diese negativen Gedanken vorhanden sind oder dieses Chaos im Kopf, dann vertraut euch jemandem an. Ihr könnt erstmal natürlich vielleicht für euch ein Tagebuch schreiben, eure Gedanken zu Papier bringen, sie ordnen. Aber ihr könnt auch mit Eltern, Freunden, Verwandten reden. Die Personen, die eh außerhalb von dieser Corona-Zeit für euch da waren oder sind. Und es gibt auch noch Jugendleiter, Jugendleiterinnen. Auch ist es möglich, dass ihr die Notfallnummern von unserer Homepage wählt, wenn es gerade echt kriselt oder wenn ihr nicht mehr weiter wisst. Drittens, was ist meine Sehnsucht? Und wenn ihr euch gerade sortiert und das vielleicht auch alles aufschreibt in ein Tagebuch, dann macht doch direkt weiter. Schreibt auf, was sind eure Sehnsüchte? Was vermisst ihr am meisten? Es ist eine innerliche Einstellung und es ist ganz schön schwierig, das umzukehren, zu sagen, okay, ich vermisse etwas ganz, ganz doll und ich bin dankbar dafür. Es ist sehr schwierig, das weiß ich. Vorfreude zu entwickeln. Denn wenn wir uns alle wiedersehen dürfen, dann wird es richtig schön. Viertens, die Sachen in Relation setzen. Hier kommt es darauf an, wie eure Situation gerade ist. Fragt euch, gibt es etwas Schlimmeres gerade? Könnte es etwas Schlimmeres geben? Manchmal befindet man sich in so einem Tunnel, in so einem negativen Tunnel und man kommt da nicht mehr raus. Und diese Frage kann manchmal helfen. Fünftens, Corona-Pause. Gönnt euch was Schönes. Macht mal das Radio, Instagram aus. Lasst Facebook mal Facebook sein. Macht euch schöne Musik an. Oder lasst euch ein Bad ein. Oder backt euch was Schönes. Und dann sagt ihr euren Mitmenschen Bescheid um euch herum. Hey, ich möchte in den nächsten drei Stunden nichts, aber auch gar nichts von Corona hören. Sechstens, Quellen checken. Wir werden von Nachrichten überschwemmt. Checkt doch einfach mal eure Quellen. Teilt nicht alles, was ihr da seht. Siebtens, sich mit den Grenzen auseinandersetzen. Uns werden gerade sehr viele Grenzen gesetzt. Versucht einmal damit selbstständig umzugehen. Natürlich sollt ihr auch eine Meinung entwickeln und euch Gedanken machen, boah, macht das überhaupt Sinn, was ich da alles machen muss? Und euch damit kritisch auseinandersetzen. Das ist natürlich die andere Geschichte. Aber innerhalb dieser Grenze zu schauen, was ist möglich. Und wie nutze ich die Zeit? Achtens, Zeit sinnvoll nutzen. Und da komme ich zum anderen Punkt. Zeit sinnvoll nutzen. Gibt es etwas, was ihr erleben könnt oder schon erlebt habt, was ihr sonst niemals gemacht oder getan hättet? Das ist so ein bisschen nach dem Motto, das Gute im Schlechten zu sehen. Das können private Zielsetzungen sein. Kreative Ideen, die ihr schon mal hattet, umzusetzen. Ein Ehrenamt in dieser Zeit auszufüllen, das gerade wichtig ist. To-dos erfüllen. Neuntens, Vertrauen. Und dann, zu guter Letzt, Vertrauen. Vertrauen in die Leute, die gerade für uns arbeiten. In der Pflege, in der Politik, auch wenn es öfters mal schwerfällt. Oder wir auch vieles nicht verstehen oder hinterfragen sollten. Vertrauen in uns selber, dass wir das schaffen. Dass wir unsere positiven Gedanken nicht verlieren. Das ist ein schwieriges Thema. Aber ich kann sagen, ich habe Vertrauen. Und ich habe auch Vertrauen in euch.